Musik Hallo, mein Name ist Julia Wunderlich und in diesem Video zeige ich dir, warum ein Winkelmesser der Gottlieb Neste geben wir ab, die richtige Entscheidung ist. Musik Musik Unsere digitalen Winkelmesser sind optimal bei der Ausrichtung von allen Arten, bei Einbaumöbeln, im Treppenbau, beim Fliesenlegen, bei Dachfristen oder auch bei anderen Schreinerarbeiten. Die Anzeige der Winkel geht von 0 bis 180 Grad und das mit einer Genauigkeit von 0,2 Grad. Die großen Ziffern des LCD-Displays machen dabei das Ablesen einfacher und die zuschaltbare Beleuchtung ermöglichen auch das Ablesen in dunklen Bereichen. Zusätzlich habt ihr eine horizontal und vertikal integrierte Lebelle, wodurch eine Verwendung als analoge Wasserwaage auch möglich wird. Zusätzlich habt ihr zwei besondere Funktionen, zum einen die Reset und zum anderen die Hold-Funktion oder auch Einfrierfunktion genannt. Bei der Reset-Funktion könnt ihr den Winkel in jeder beliebigen Position auf 0 stellen und damit ganz einfach den Komplementärwinkel ermitteln, ohne eine zweite Messung vornehmen zu müssen. Bei der Hold-Funktion ist es besonders geeignet, wenn ihr einen uneinzählbaren Winkel ablesen wollt, um den Winkel einzufrieren und danach anschließend nochmal abzulesen. Auch möglich nach einem Aus- oder Wiedereinschalten des Winkelmessens. Falls ihr jetzt dein Interesse geweckt habt, dann kannst du gerne in der Videobeschreibung oder auf unserer Homepage vorbeischauen und wir freuen uns damit auf deine Kontaktaufnahme. Bis zum nächsten Mal.